Nachdenkseiten Die kritische Website Noch einmal Biden, noch einmal Krieg, Mord und Zerstörung Von Oskar Lafontaine Joe Biden will noch einmal US-Präsident werden. Er will seinen Job zu Ende bringen. Franz Josef Wagner von der Bild-Zeitung würde ihn wählen. Und die Saarbrücker-Zeitung teilt ihren Lesern heute mit, aus europäischer Sicht wäre Bidens Wiederwahl ohnehin das Beste, was passieren könnte. Im merkwürdigen Gegensatz dazu steht das Urteil von Robert Gates, der Bush und Obama als Verteidigungsminister diente. Joe Biden lag bei fast jeder größeren außen- und sicherheitspolitischen Entscheidung der vergangenen 40 Jahre falsch. Nicht nur für Europa, sondern auch für die Welt wäre es schlecht, wenn Biden wiedergewählt würde. Er hat die verbrecherischen Angriffskriege in Jugoslawien, Afghanistan und im Irak befürwortet. Er setzt den völkerrechtswidrigen Drohnenkrieg, in dem unschuldige Menschen umgebracht werden, wie seine Vorgänger fort. Die deutschen Vasallen sehen weg. Er hat einen Terrorakt gegen die Bundesrepublik Deutschland befohlen und ließ die Gasleitungen Nord Stream zerstören. Die unterwürfigen Feiglinge in Deutschlands Politik und Medien wollen davon nichts wissen. Er eskaliert die Auseinandersetzung mit China und will, dass die Europäer dabei sind, falls es zum Krieg kommt. Putins Einmarsch in die Ukraine ist völkerrechtswidrig. Aber ohne den Vizepräsidenten Biden hätte es den Ukraine-Krieg nicht gegeben. Er ist einer der Hauptverantwortlichen. Er unterstützte das Vorrücken der NATO mit Militäreinrichtungen und Raketen ohne Vorwarnzeit an die russische Grenze. Er hat den von seiner jetzigen Staatssekretärin Victoria Nuland organisierten Putsch auf dem Maidan 2014 in der Ukraine zu verantworten. Anschließend führten die ukrainischen Präsidenten einen Bürgerkrieg gegen die russischsprachige Bevölkerung in der Ostukraine mit 14.000 Toten. Er ist tief in die Korruption der Oligarchen in der Ukraine verstrickt. Seinem Sohn Hunter Biden wurden 600.000 Dollar im Jahr für seine Tätigkeiten im Aufsichtsrat des ukrainischen Energiegiganten Burisma Holdings bezahlt, weil seine Leistung darin bestand, Sohn des US-Vizepräsidenten zu sein. Joe Biden brüstete sich damit, die sofortige Ablösung des ukrainischen Generalstaatsanwalts Viktor Schokin veranlasst zu haben, weil er gegen Burisma wegen Korruption ermittelte. Ein Segen für Europa und die Welt wäre es, wenn in den USA wieder ein Präsident an die Macht käme, der, wie einst der legendäre John F. Kennedy, für Frieden und Abrüstung einträte. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.